Punktrechnung ist immer noch Vorstrichrechnung. Das denke ich auch. Gut, es geht nochmal um das Thema Arbeit. Wir hatten uns eben gerade mit physikalischer Arbeit und so weiter beschäftigt. Folgendes Beispiel, wenn ein Mensch trainiert, was passiert dann? Dann verrichtet er im Allgemeinen Hubarbeit oder Federspannarbeit oder sonst was. Mechanische Arbeit auf jeden Fall. Das sieht ja so aus, wir wissen WSF mal S. Und ich summiere mal dann auf. Und zwar nehmen wir jetzt mal folgenden Fall. Nehmen wir mal an, ich mache Bankdrücken und will wissen, was dabei passiert. Und ich lege mir 100 Kilo auf. Das entspricht rund mal 10.000 Newton. 100 Kilo mal 10 sind 1000 Newton, so muss ich es richtig sagen. Und ich bewege dieses Gewicht einen halben Meter hoch, also mal 0,5 Meter. Was passiert dann? Dann habe ich mit einem Hebevorgang 1000 mal 0,5 sind 500 Newton Meter Arbeit verrichtet. Okay, bis dahin gut. Jetzt mache ich aber nicht bloß Bankdrücken einmal, also nicht bloß eine Wiederholung, sondern im Allgemeinen drei Sätze. A10 Wiederholungen. Das hieße, ich muss die Arbeit mal 10 nehmen und mal drei Sätze. Mal 10 geht noch, das sind 5000 und mal drei ist dann auch nicht weiter schlimm. Das sind dann 15.000. Das entspricht also 15.000 Newton Meter, die ich dabei an physikalischer Arbeit verrichtet habe. Das ist ein Satz. Das ist eine Übung. Jetzt nur zum Beispiel das Bankdrücken. Ich habe das mal selber an mir beobachtet, dass ich beim Training natürlich bei unterschiedlichen Übungen immer wieder im Durchschnitt etwas 0,5 Meter hochhebe. Ob ich das beim Klimmziehen oder sonst was mache, egal welche Übung. Mal ist es ein bisschen mehr, mal ist es ein bisschen weniger. Ich bewege irgendwelche Gewichtskräfte, Gewichte und mit Kraft immer ungefähr einen halben Meter hoch. Und ich habe mal überlegt, dass ich bei allen Übungen zusammen mindestens eine Arbeit von folgender Größe bewerkstellige. Und zwar, das machen Gewichtheber gerne bei ihrem Training, dass sie sagen, wie viel Trainingsumfang hast du heute so bewegt. Das wären zum Beispiel 10 Tonnen. Das heißt, 10.000 Kilogramm und das mal rund 10 Meter pro Quadratsekunde. Das ergibt jetzt automatisch Newton, das weiß ich auch. Und das mal 0,5 Meter. Rechnen wir mal ganz schnell aus, was passiert. Das sind 10.000 mal 10 sind sogar 100.000 mal 0,5 sind plus 50.000 Newton Meter. Noch mal ganz schnell, das und das ergibt Newton und das Meter kommt da hinten an. Der Rest sind Zahlen. 50.000 Newton Meter. Jetzt könnte man ja sagen, das ist ganz schön viel. Ja, nach 10 Tonnen, da schwitzt man ganz schön. Aber das ungefähr verdoppelt ist so ein typischer Trainingsumfang für Männer. Die Damen machen es ähnlich, die machen dann eben mehr Wiederholungen. Also das ist wie gesagt alles zusammengefasst, alle Gewichte zusammengefasst, alles zusammengezählt, mal mehr, mal weniger. Und immer mal im Durchschnitt 0,5 Meter bewegt. So, was ist das aber hier, diese 50.000 Newton Meter? Das wissen wir. Wir können nämlich diese Energie auch als chemische Energie ausdrücken. Und zwar entspricht das 50.000 Joule. Und 50.000 Joule entspricht jetzt wieder, oder sind gleich, 50 Kilo Joule. Jetzt braucht ihr bloß auf irgendwelche Trinkflaschen zu gucken, wo irgendwas Süßes drin ist. Und da haben wir locker mal in der Flasche so mindestens 100.000, äh, 100 Kilo Joule bis 200 Kilo Joule. Meistens steht dann auch pro Glas oder pro 100 Milliliter und so weiter. Wenn man das verfolgt, kriegt man eigentlich einen Schreck und sagt, eigentlich ist das ja Wahnsinn, was wir alles zu uns nehmen. So viel Energie, das kann man ja gar nicht verbrauchen. Oh, was mache ich denn jetzt? Wenn ich so viel Energie... Oh, nee, 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 nee. Dann ist es aber trotzdem nicht schlimm. Unser Körper hat einen gewissen Grundumsatz. Das heißt, wir brauchen eine gewisse Energie. Ich gebe jetzt mal eine andere veraltete Einheit an. Diese Energie, ich könnte W oder E sagen, sind um die 2000 Kilo Kalorien. Kilo Kalorien, ähm, wie kommt man damit klar? Da gibt es eine Umrechnungseinheit, das ist Hausaufgabe. Ihr guckt mal bitte nach, wie viel, das ist Hausaufgabe, wie viel entspricht das in echter Einheit, nämlich wie viel Kilo Joule. Das ist ganz wichtig. Aber, zur Beruhigung. Egal, was hier für eine Zahl rauskommt, Kilo heißt ja immer 1000, ne? Kilo heißt ja auch 1000. Ähm, egal, was für eine Zahl rauskommt, wir brauchen einen gewissen Grundumsatz. Selbst wenn wir faul im Bett liegen und, oder nicht faul, sondern schlafen und träumen, brauchen wir einen gewissen Grundumsatz. Das ist der. Wir brauchen noch was. Wenn wir zum Beispiel Muskeln aufbauen wollen, dann brauchen wir unbedingt zusätzliche Energie. Energie, denn der Umwandlungsprozess von der zugeführten, meinetwegen ganz einfacher Energie in Form von Zucker, zu dann Eiweiß, der ist dermaßen energieintensiv und das lässt sich mal nachforschen. Da könnte man sich mal drüber Gedanken machen. Also, große Frage zu Hause, wie viel ist der Grundumsatz? Ich schreibe mal Grundumsatz dahinter, den also der Körper braucht bloß damit er lebt und im Bett liegen kann. Dann bewegen wir uns am Tag, das kommt noch dazu. Und dann brauchen wir noch zusätzliche Aufbauenergie für Muskeln und dann wird es spannend. Das bloß nochmal zur mechanischen Arbeit als kleinen Bogen, um mal drüber nachzudenken, ob wir zu viel oder zu wenig essen. Vorhin hatten wir das Wort, ähm, naja, der frühstückt ja nicht. Und da haben ja die Eltern, meistens sagen es die Großeltern, oh, das ist ja was Schlimmes, da geht der Magen kaputt und so weiter. Ich gebe bloß nochmal einen kleinen Gedanken an den Schloss. Wozu hat uns der liebe Gott das Gefühl des Hungers und des Durstes geschaffen? Damit wir dann essen, wenn wir Hunger haben und nicht dann, wenn es 12 Uhr am Mittag ist, ne? Das bloß nochmal nebenbei. Ich wünsche euch eine schöne Pause. Tschüss. Ich wünsche euch das auch. Untertitelung des ZDF, 2020